Hello und herzlich willkommen wieder bei Splinter Cell Blacklist. Immer noch hier, gerade vorne wieder von einer Drohne erledigt worden, dummerweise. Das blendet zu sehr, das gefällt mir nicht. Okay, Sam, noch eine Info zu den Drohnen. Ein Schuss schaltet sie aus. Hab's gemerkt. Aber wenn sie mehrmals getroffen werden, geht ihre Sprengladung hoch. Am richtigen Ort, zur rechten Zeit, du weißt schon. Hab ich auch gemerkt. Ich weiß nur, dass Drohnen ziemlich aggressiv sein können, weil sie mich schon zweimal gerade weggebounced haben. So, lass den Typ mal ein kleines bisschen kommen. Lass ihn mal stehen bleiben. Oder, ja, dann machen wir ihn halt so weg. Da haben wir noch nicht mal Munition verbraucht, ist das nicht toll? Das freut mich doch. Lass mal schauen, der hat bestimmt eine neue Drohne losgeschickt, natürlich. Ja, gut. Oh, ja, das tut mir leid jetzt, ne? Bleib doch mal stehen, du läufst hier viel zu viel herum. Ja, komm noch ein bisschen näher und ich kann nicht so ausschalten dann. Los. Die Drohne ist abgestürzt. Der soll noch eine Drohne hinmachen. Los, mach noch eine Drohne, damit ich schnell draufschießen kann, damit du dann totgehst, ohne dass ich totgehe halt, ne? Schicke eine Drohne. Du bist noch zu weit weg. Oh, sind Pferde in die falsche Richtung. Nein. Ey, lass die Drohne kommen. Ey, lass die Drohne kommen. Ja, noch ein bisschen, noch ein Stück. Jetzt stopp. Jetzt hau. Gut. Scheiße, er lebt noch. Er lebt. Er lebt, okay. Also die Drohnen sind ganz schön praktisch. Das gefällt mir. Sam, wir haben es definitiv mit den Engineers zu tun. Wieso? Der USB-Stick wurde mit einer militärischen Variante der DIS-Verschlüsselung dreifach gesichert. Es ist dieselbe Verschlüsselung, die Sadiq in Mirava einsetzte. Gute Arbeit, Charlie. Ja, Charlie, gute Arbeit. Ich weiß nicht, sind da Gegner, sind da keine Gegner? Ich weiß es doch nicht. Ich mache erstmal alle Lichter... Oh. Lichter aus. Und dann sehen wir weiter. Hier wird es irgendwie hell. Zack. Kampfkill. Warum habe ich gerade vorhin... Okay. Raus. Hoch. Ammunition. Nö, doch nicht. Lass mal. Lass mal stecken. Cool, jetzt sind wir auf so einem Parkplatz hier. Ey, was ist los? Ey, wo hat denn der seine Scheinwerfer? Was ist das denn? Egal, scheiß auf die Scheinwerfer. Oh ja, hallo. Das war gerade ziemlich unschlau, aber egal. Was soll's? Mir doch egal. Lock ich die halt erstmal hier so nach vorne. Ja, scheinbar ist da gar keiner mehr, okay? Ah doch. Schlau, Kopf. Oder lass ihn wieder hochkommen. Ja, komm, lass ihn wieder hoch. Maul, komm hoch. Na, dann bleib halt unten, wenn du möchtest. Wobei, ich könnte hier auch... Komm, wir holen den jetzt noch. Nicht, dass der nachher kommt und uns überrascht. Ja, bleib doch nicht in den Knotches. Erstens, es gibt Money. Money, Money, das brauchen wir zum Upgraden. Außerdem, nicht, dass der von hinten nachher kommt und uns überrascht. Das gefällt mir da nicht so. Und euch auch nicht, weil ich dann wieder neu anfangen muss. Von dem Checkpoint. Nicht ganz neu, das wäre ein bisschen übertrieben. Aber vom Checkpoint halt. Wir haben es jetzt mit Profis zu tun. Wir haben die Wachmannschaft der Anlage sauber ausgeschaltet. Nicht nur die Waffen sind tot, auch alle Systeme. Ich muss ihren Hack hacken, um die Tür zu öffnen. Sonst kommst du nicht am Zeug, dass sie da reinschütten. Mal gucken, was haben wir denn hier so? Also, wir haben eine Splittergranate. Nein, viel zu. Blendgranate, nein. Ich hätte gerne Tränengas. Ich glaube, mein WhatsApp hat gerade irgendwas gemacht. Egal. Werfen wir erstmal eine Runde. Ne, lass mal. Der kommt eh schon. Zack. Lass mal doch kein Tränengas reinwerfen. Und ich glaube... Erstens, wir können scannen. Gut. Freut mich. Erstmal hier schauen. Was haben wir hier so? Klo. Cool. Was können wir da machen? Nix. Nein. Ich wollte auch in den Lüftungsschacht. Ich mag Lüftungsschächte. Weißt du? Ähm. Hast du schon gehackt? Ja, du sagtest. Ich darf da rein. Ui. Was ist los? Wir pumpen ihr Gift an zwei Stellen rein. Ich kümmere mich um sie. Ah. Welche Stelle. Lass mal an diese Stelle erst gehen. Ich versuche das Abflussventil zu schließen. Ne, lass mal nicht an diese. Wir haben zehn Minuten, dann ist der Wasserspiegel kritisch. Das ist schlecht. Oh ne, mit dem Zeitlimit. Das kann ich gar nicht ab. Was ist was los mit dem? Zack. Zack. Die zwei sind schon mal weg. Lass mal scannen. Scannen. Ich sehe nix. Doch da vorne sind schon direkt wieder welche. Da hätte ich gar nicht scannen müssen. Egal. Lass mal den ausschalten. Mit Hau und so, weißt du. Oh ne, Fettsack. Oder? Ja, Fettsack. Tschüss. Fettsäcke mag ich nicht. Schon mal gehört. Lass mal erst mal das da hacken, äh, machen gerade, weil ich bin jetzt gerade schon da. Und wir haben ja auch ein dummes Zeitlimit. Die erste Puppe ist aus. Charlie, was ist mit dem Ventil? Keine Ahnung, ihr Hacker ist gut. Schließt mich dauernd aus. Aber ich habe noch ein paar Tricks parat. Das freut mich doch für dich. Ey, irgendjemand schreibt mir, wer im Aufnehmen die ganze Zeit bei Watts-Dreck. Wir haben ein Wartungsschacht. Durch ihn kommst du von einer Seite der Anlage zur anderen. Wartungsschacht. Wo ist Wartungsschacht? Ich will runterklettern, nicht hoch. Runter. Geht doch, danke. Ja, so, wo ist der Wartungsschacht? Erstens, was leuchtet hier so behindert rot? Lass mal scannen. Lass mal Nachtsicht anmachen. Ich sehe, von beidem bringt mir gar nichts. Äh, können wir hier an der Seite vielleicht lang? Ja, gut. Ähm, Scanning. Ich sehe noch keinen. Da hinten sind sie, okay. Ähm, hopp, 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 lass hier oben runtergehen. Lass scannen, nix, okay. Dann gehen wir weiter hier auf die Seite. Scannen erstmal wieder. Nein, der scannt nicht, okay. Da gucken sie, okay. Wenn ich den erstmal rausschalte, zack. So, was macht er dann? Ja, jetzt kommt er, das ist gut. Aber nicht nur er. Nein, shit. Ich habe auf diesen Dicken überhaupt nicht geachtet. Ach, auf den Dicken. So, kleiner Moment. Bis es weiter geht. Ich mache gerade, äh, Dingens aus, damit ich nicht mehr die ganze Zeit diese WhatsApp-Nachrichten habe. Kleiner Moment noch. Hallo, spinnt da rum wie sonst so, Horst. Danke, so. Okay, weiter. Sam, die pumpen ihr Gift an zwei Stellen rein. Ich kümmere mich um sie, wenn wir das verseuchte Wasser in der Anlage halten können. Ich muss, um das Abflussventil zu schließen. Bin ich gut. Mach das, wir haben zehn Minuten, dann ist der Wasserspiegel kritisch. Bleib doch nicht genau unter mir. Nein. Horst, komm. Du kannst schon ein bisschen weggehen, oder? Nein, der Angreifer muss sich irgendwo verstecken. Nee, ich hänge über dir. Hey, ich brauche Hilfe bei der Suche. Ich verstecke mich nicht. Dann los. Ja, okay, gut. Scanning. Nix. Scheiße. Lass mal warten, bis der hierher kommt, oder so. Ich mag mich dem nicht nähern. Oder wir schauen mal gerade, ob es noch eine andere Seite gibt zum Hochgehen. Ja, natürlich. Der Fettsack bewegt sich da hinten. Das ist jetzt dumm. Und irgendwo muss da noch einer sein, weil vorhin war da auch noch jemand. Verdammt. Verdammt. Bleib. Ey, das ist so krass. Helmabschlüsse. Cool. Äh, wie viel Leben haben die? Da muss es doch irgendeinen Trick geben eigentlich, aber egal, ne? Ich kümmere mich um Sie, wenn wir das verseuchte Wasser in der Anlage halten können. Uiuiui, das war aber knapp. Da unten ist er. Der soll jetzt näher kommen gerade. Bleib. Bleib, bleib. Danke. Das ist schon mal gut. Ne, runterfallen nicht. Du kannst runterrutschen. So. Aber fallen... Ne, lass mal. Lass mal lieber nicht machen. Ähm, er ist da oben. Tschüss. Fettsack. Fettsack. Ah, da hinten. Okay. Der hat mich nicht gesehen, oder? Der kann mich gar nicht sehen von hier. In jedem normalen Spiel würde ich einfach den von da kriegen, nur hier nicht. Boah. Lass den mal, genau, lass den mal runterkommen. Geil. Und ich hab ihn einfach so bekommen. Ist das nicht toll? Ohne auch nur Muni zu verschwenden. Wobei die Muni wäre mir noch relativ egal gewesen. Aber wir sind mit der Zeit gut dran. Wir sind bei 8 Minuten 46. So. So wie bei dem... Wie gerade vorhin. Keine Ahnung, ihr Hacker ist gut. Schließt mich dauernd aus. Aber ich habe noch ein paar Tricks verrat. So. Dann lass mal schauen. Ich weiß nicht, Sam. Den Blaupausen nach ist unterm Kontrollraum ein Wartungsschacht. Durch ihn kommst du von einer Seite der Anlage zur anderen. Weiß ich, Mann. So, jetzt gehen wir ein bisschen schlauer, hoffe ich, vor. Erstmal... Lass mal hier rüber gehen. Ja. Lass mal erstmal von beiden Dingen zu entdecken, fast. Oh, nicht nur fast, sogar lass entdecken. Das ist jetzt echt scheiße. Drei Schützen, die auf mich zielen. Mein Leben lädt sich nicht sehr schnell nach. Lass mal hier rüber gehen. Hier bin ich vielleicht sicherer. Wow, what the fuck? Ne, kommt ja nicht rein. Lass mich doch mal. Ich will nur, dass irgendjemand ein bisschen näher kommt. Ja, vielleicht nicht gerade der Fetty, aber... Naja, ich kann nichts dafür. Ja, klar kann ich mich verstecken. Nachladen. Ja, der Fetzer kommt. Fettsack weg. Gut. Das ist schon mal eine gute Errungenschaft. Fettsack weg. Da ist der nächste. Sag nicht, du hast mir gesagt... Nein! Boah, ich wollte gerade weg. Ich wollte gerade weg. Ich wollte gerade weg. Okay, da der Part jetzt eh vorbei ist, sage ich, ich spiele bis dahin und dann geht's direkt weiter im nächsten Part. Tschüss! Ich kann...